Beim Radio Arabella Adventkalender gibt es jeden Tag tolle Preise zu gewinnen. Wir haben Mag. Robert Vogelhuber, den besonders kritischen Autotester vom Mostviertel-Magazin, darum gebeten, uns den Hauptpreis zu präsentieren. Den Hyundai i20 Live Slavicek Edition. Es ist ein Zwischending, ein Missing Link der koreanischen Marke. Ein Missing Link zwischen einem Winzling, zwischen dem Winzling i10 und dem geräumigen Familienfahrzeug i40 mit einer grellen Signalfarbe, mit der man überall auf der Straße auffällt. Vor allem im Stadtverkehr ist das Fahrzeug sehr wenig. Mit 85 PS, 63 kW braucht man keine Ängste auszustehen, dass man womöglich mit dem Gegenverkehr kollidiert. Was wichtig ist bei der Funktionalität, da geht es vor allem um die Übersichtlichkeit der Armaturen. Sie sind so angelegt, dass sie keine Rätsel aufgeben. Man kann nach einer kurzen Einschulung wirklich alles problemlos bedienen. Sehr schön ist auch die Chrom-Spange in der unteren Lenkrad-Speiche. Wirklich sehr ansprechend. Macht sich wirklich optisch, ästhetisch. Hat es einen Effekt. Die Materialien sind gut ausgewählt. Man fühlt es. Man kann mit der Haptik, also mit dem, was man ertasten kann, sehr zufrieden sein. Auch die Materialauswahl der Sitzbezüge ist äußerst zufriedenstellend. Man fühlt sich wohl. Die Sitze sind ergonomisch gestaltet. Man kann mit dem Fahrzeug längere und ausgedehnte Reisestrecken zurücklegen. Was die Geräumigkeit dieses Fahrzeugs betrifft, wir sehen hier die Winterreifen. Alle vier sind untergebracht. Die Räumigkeit der Ladefläche wird allen Transporterfordernissen gerecht. Der Gewinner natürlich dieses Gewinnspiels bei Arabella bekommt dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Und es steht bei ihm in der Garage. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück. Im Radio Arabella Adventkalender verbirgt sich hinter jedem Türchen eine neue Überraschung. Gewinnen Sie den Hauptpreis in Wert von mehr als 10.000 Euro. Einfach das Gewinnspielformular auf der Homepage von Radio Arabella ausfüllen und mit etwas Glück gehört der Hyundai i20 Live Slavicek Edition bald schon Ihnen.